Um Ihre Geschäftsanalysen zu verbessern, müssen Sie aussagekräftige Benchmarks aufstellen. Wenn Sie über genaue Messwerte verfügen, anhand derer Sie Ihre Fortschritte verfolgen können, können Sie die Bereiche, in denen Sie Verbesserungen vornehmen müssen, leichter identifizieren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie aussagekräftige Benchmarks für Ihr Unternehmen einrichten können und welche Vorteile dies mit sich bringt. Benchmarking kann dazu beitragen, die Entscheidungsfindung zu verbessern, indem es eine Vergleichsbasis bietet. Wenn Sie eine Benchmark haben, mit der Sie Ihre Ergebnisse vergleichen können, lässt sich leichter feststellen, ob eine Maßnahme zu einer Leistungsverbesserung geführt hat oder nicht. Außerdem können Benchmarks Ihnen helfen zu verstehen, welche Aspekte Ihres Unternehmens am wichtigsten sind und verbessert werden müssen. Die Kenntnis dieser Informationen kann Ihnen dabei helfen, bei Änderungen oder Optimierungen Ihrer Geschäftsabläufe Prioritäten zu setzen und Ressourcen einzusetzen. Benchmarking hilft Ihnen auch, die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens zu bewerten. Indem Sie sich mit anderen in Ihrer Branche vergleichen, können Sie feststellen, in welchen Bereichen Sie überragend sind und wo Sie sich verbessern müssen. Diese Informationen können Ihnen helfen, fundiertere strategische Entscheidungen über die Ausrichtung Ihres Unternehmens zu treffen. Außerdem können Sie durch den Vergleich mit Ihren Konkurrenten herausfinden, welche Standards Sie anstreben sollten und welche Fortschritte Sie im Laufe der Zeit gemacht haben. Bei der Erstellung von Benchmarks für Ihre Unternehmensanalysen sollten Sie einige Dinge beachten. Stellen Sie zunächst sicher, dass die verwendeten Daten für Ihre Ziele relevant sind. Wenn Sie versuchen, Ihren Umsatz zu steigern, ist es nicht sinnvoll, Kennzahlen wie die Besucherzahl Ihrer Website oder die Anzahl der generierten Leads zu verwenden. Zweitens sollten die Benchmarks realistisch und erreichbar sein, damit können Sie Ihre Leistung tatsächlich verbessern. Und schließlich sollten Sie sicherstellen, dass die Daten aktuell sind und das widerspiegeln, was in Ihrem Unternehmen geschieht. Benchmarks sind ein wichtiger Bestandteil jeder Unternehmensanalyse, aber sie sind nicht das Einzige, was Sie verwenden sollten, um den Fortschritt zu verfolgen. Sie müssen auch Grundlinien festlegen, damit Sie Veränderungen im Laufe der Zeit messen können. Grundlinien zeigen Ihnen, wo Sie angefangen haben und wie weit Sie gekommen sind. Sie können Ihnen helfen, Trends und Ausreißer in Ihren Daten zu erkennen, so dass Sie besser verstehen können, was Ihre Ergebnisse beeinträchtigt. Wenn Sie Benchmarks und Baselines festlegen, ist es wichtig, dass Sie für beide dieselben Messgrößen verwenden, damit Sie den Fortschritt genau verfolgen können. Die Unternehmensanalyse ist ein komplexer Prozess mit vielen beweglichen Teilen. Durch die Festlegung aussagekräftiger Benchmarks und Baselines können Sie Ihre Fortschritte etwas leichter verfolgen und herausfinden, wo Sie Verbesserungen vornehmen müssen. Mit präzisen Metriken können Sie bessere Entscheidungen treffen, die Ihrem Unternehmen zum Wachstum verhelfen.